On Thin Ice auf dünnem Eis. Errichten Sie einen Stützpunkt und bereiten einen Angriff auf den Skion-Stützpunkt vor. Begeben Sie sich zur Landezone und helfen Sie dem gestrandeten Recycler durch das dünne Eis vielleicht? Ich nehme es mal an. Okay, Commander Shabaiv hat bei der AAN eine formelle Beschwerde über General Braddox-Aktionen eingereicht. Nachdem dieser der Skion-Armee unvorsichtig und voreinig durch das Wurm noch gefolgt war. Außerdem enthält die Beschwerde Details über Braddox-Angriff auf die Ruinen auf Bane. Naja, woher diese menschliche Dinge mit dem Black-Dogs-Emblem gefunden haben. Da die Kommunikation der AAN zur Zeit unterbrochen ist, liegt Shabaiv's Beschwerde bislang nur bei den Akten. Obwohl bereits eine Kopie in General Braddox-Büro verschickt wurde. Das ist natürlich besonders clever. So, wir hören mal, nachdem wir die technischen Infos gesehen haben. Ja, der Recycler. Und wir lauschen. Nach einem Rockler. Gratuliere zum Streifen, Commander. Ich hab die Neuigkeiten gehört. Tut mir leid wegen der Unordnung in der Ruine. Ich werde mich sobald es geht bei der AAN darüber beschweren. Es ist mir egal, wer er ist. General Braddox kann keine solchen Spielchen mit Menschenleben treiben. Ich weiß nicht, worauf er aus ist, aber er hat sich verraten, als er wegen des Skion-Transmitters in Panik geriet. Braddox folgt keinem Schlachtler, den ich kenne. Ich hüte mich vor Beförderungen in der Hitze des Gefechts, besonders in einer solchen Umgebung. Braddox macht sich Feinde auf allen Seiten und er ist bereit, alles zu tun, um ihre Loyalität zu behalten. Ja, der ist irgendwie ein bisschen irre. Der scheint was zu verbergen zu haben oder irgendwas vertuschen zu wollen. Sonst hätte er nicht das Ding sofort weggespringen. Und uns fast mit. Commander Shabaev, denken Sie nicht, ich hätte die Papiere, die Sie in mein Büro geschickt haben, nicht bemerkt. Danken Sie den Sternen, dass wir die AAN momentan nicht erreichen können. Sonst würde Ihnen Ihr Bericht leid tun. Okay, die wollen offensichtlich uns in eine Fall locken oder eine tatsächliche Friedensverhandlung. Hm, wir launchen mal. Das Gefecht in den Ruinen verhalf mir zu einem halben Tag im Lazarett. Sie haben mich zusammengeflickt und auf die nächste Mission geschickt. Was? Den Skion-Stützpunkt anzugreifen. Aber es gab mir genug Zeit, um über alles nachzudenken. Ich wusste immer, dass Soldaten für ihr Land sterben. Aber es scheint mir immer so edel, wenn Politiker es sagen, die Fahne schwenken und ihre Männer in den Krieg schicken. Ich habe mir nie vorgestellt, dass es so sein könnte wie hier. Kurz und schmerzlos dem Tod auf einem fremden Planeten begegnen, ohne zu wissen, wofür man genau kämpft. Fast vom eigenen General getötet werden. Nur eine Schachfigur im Krieg eines anderen. Hm, schon ziemlich haupt, ne? Übernehmen Sie die Kontrolle. Du bist der Typ, ne? Ja, doch. Danke, C3. Sie sind wirklich ein Offizier und gentle. Irgendwas stimmt nicht. Ich habe die Stabilisatoren verloren. Rückwärtsschub los. Hochziehen. Hochziehen. Wer kann da nicht gescheit fliegen? Sind Sie da drin? Sind Sie okay? Puh, das war knapp. Die Langstreckenkommunikation ist ausgefallen und ich kann keins der anderen Teams erreichen. Vielleicht sollten wir uns zur ursprünglichen Landungszone bei NAV 1 begeben. Jo, der oder die jetzt hinter sich. Genau wie hier. Gehen Sie zur ursprünglichen Landestelle bei NAV 1. So, wo ist NAV 1? Da hinten. Dropzone nehme ich mal ganz stark an. Oder wo oder was? Wo kann man die nochmal auswählen? Genau da oben. Na, da wird so designiert. Die Dropzone. Jetzt kann ich die Sicht nicht umschalten. Sehr eigenartig. Ja, achso. Folgen. An Ihren Fersen. Was ist mit dem abgestürzten Schiff, Sir? Verhält unsere Position. Dann wollen wir es mal sprengen. So. Wir steigen aus. Zack. Oh, das speichern wir nicht. Dass es irgendwie ein Meter zu weit links liegt. Kennen ja unsere alten Spielchen. Das ist reichlich. Zack. So. Na, was war? Wettkommen. Rechts hat was geblinkt oder spinnig? Oh ja, genau. Jetzt sieht man zum Beispiel links auf dem Radar. Das sieht man... Okay, jetzt nicht. Aber man sieht... Okay. Ich habe nichts gesagt. Ja, auf dünnem Eis. Was will wohl kommen? Das Radar erkennt, dass es da runter zu ist. Runter geht. Obwohl. Heute bin ich es immer noch rechtzeitig. Damit sollten unsere Spuren verbischt sein. Zumindest vorläufig. Dann fliegen so ein bisschen die Fetzen. Verdammt. Jetzt ist es mal weg. Jungen. Wir können links oder rechts lang. Äh... Was? Strike. Wir müssen hier angreifen. Oder was soll Strike heißen? Oh, oh. Okay, da ist alles rot. Da müssen wir auf jeden Fall nicht lang. Da gibt es ein bisschen viele Radarkontakte. Wir entscheiden uns spontan nach Norden zu fahren. Okay, die Landeszone ist immer noch irgendwo da hinten. Genau, aber jetzt sieht man es. Die... Der Boden hier ist eigentlich... Okay, das ist Eis. Richtig. Also hier kann man absacken. Und... Ich habe einen großen Radartreffer. 400 Meter westlich. Das könnte vielleicht unser anderer Recycler sein, Sir. Sir. Es ist gut, Sie am Leben zu sehen, Commander. Ich wusste nicht, dass jemand den Absturz überlebt hat. Ich bin umgeben von dünnem Eis und mein Radar ist in... Also kann ich nicht um es herum manövrieren. Sie müssen jetzt meine Augen ersetzen und mir helfen, es zum NARV 1 zu schaffen. Folge Ihnen. Geh in Position. Okay, also was wir jetzt machen müssen, ist im Grunde genommen einfach nur unsere Radar nutzen. Auf dem Weg. Und den Feind Stück für Stück hier ran. Karren. So, du stellst dich mal da hin. Sie sind der Boss. Also nach hier etwa, würde ich sagen. Auf dem Weg. Richtig. Licht an, Licht aus, Licht an. Alles klar. Ach ja, natürlich ist da wie auch noch Gegner. Hier ist die Fauna nämlich nicht unbedingt so friedlich, wie sie läuft. Ich versuche mich hier auszunavigieren, Sir. Wollen Sie, dass ich etwas anderes tue? Auf dem Weg. Auf dem Weg. Ähm, wo müssen wir denn eigentlich lachen? Nicht immer sagen, hier, oder? Oder, oder, oder? Auf dem Weg. Oh, wow. Vor allem das Vieh angreift, würde ich sagen. Oh Gott, hat das Lebensenergie. Ja, ich hab' ihn. Wo, schmier' das jetzt noch? Sie müssen mich zur Handlungszule abend auf einschaffen, Commander. Alles klar. Eine wenige. An ihren Fersen. Oh, oh. Das hab' ich mir schon gedacht. Verdammt nochmal. Hab' ich's mir doch wieder gedacht. Alles klar. Jo, komm so ran. So, den locke ich auch hier jetzt ins Eis. Da hinten ist nochmal einer. Jetzt ist die Frage, wo haben wir denn... Wieso kann ich die verfluchte Karte nicht mehr umstellen? Ich verstehe das nicht. Na komm. Hm. Ah, jetzt hab' ich einen neuen Plan. Der ist sogar noch besser. Okay. Alles klar, hat sich erledigt. Mitkommen. F2. Nein, F1. Mitkommen. F2 geht... Ich schätze mal, hier müssen wir uns aufbauen oder so? Ich bin da... ...flexibel, aber gerade überfragt so leicht. Sollen wir hier aufbauen? Das ist ein bisschen... Sieht aus wie ein Scavengerchen, kriegt man irgendwie hin. Natürlich könnte man auch mit Bojen arbeiten oder mit so... Na, wie heißen Sie? Ähm... Wir haben F2... Auf dem Weg. Ich habe jetzt eine ziemlich gute Aussicht auf die Eisfläche, Commander. Wenn Sie mich direkt zum NAV 1 beordern wollen, denke ich, dass ich das von hier aus schaffen kann. Alles klar. Dann... Auf dem Weg. Gehe in Position. Ja, ich habe ihn. So, die Frage ist... Wie Sie meinen. Ups. Nein, hau-se. Folge Ihnen. Okay, wenn ich dem... Befehl gebe, zu... Sie sind der Boss. Gehe in Position. Oh-oh. Feind, das ist jetzt nicht so gut. Wir haben Überlebende. Verstehen Sie mich da unten? Positiv. Wir müssen sofort evakuieren. Roger, Recycler. Oh-oh. Wird das nicht mehr noch angegriffen? Die anderen waren... Ach, verdammte Scheiße. Der Recycler ist zerstört worden. Rettungsversuch abbrechen. Wiederhole. Das Gebiet ist zu heiß. Raus hier. Verstanden. Landungsschiff 1. Guck. Jo, das war scheiße. Okay, können wir denn... Wo haben wir denn gespeichert? Fire. Oh-oh. So, kurz nach der Landung, oder? Wärmung. Kurz vorm Sprengen. Alles klar. Scheiße. So, mitkommen. An ihren Fersen. Ah, dafür wissen wir jetzt ja, wo es lang geht. Äh, ich glaube, dann mache ich einfach ein paar Bojen und lasse ihn einfach hinterher fliegen. Oder fahren, viele eher. Mein Gott, was für ein Schwachsinn. Damit sollten unsere Spuren verbischt sein. Zumindest vorläufig. Verdammt. Ne, da geht's lang, oder? Doch, ja. So, mitkommen. An ihren Fersen. Ah, peinlich. Ich habe einen großen Radartreffer, 400 Meter westlich. Das könnte vielleicht unser anderer Recycler sein, Sir. Es ist gut, Sie am Leben zu sehen, Commander. Ich wusste nicht, dass jemand den Absturz überlebt hat. Ich bin umgeben von dünnem Eis und mein Radar ist hin, also kann ich nicht um es herum manövrieren. Sie müssen jetzt meine Augen ersetzen und mir helfen, es zum NAV 1 zu schaffen. Lasse mich reparieren. Geh in Position. Auf dem Weg. Folge Ihnen. Sie sind der Boss. Alles klar. Dann speichern wir am besten, wenn wir wieder durch das Ding durch sind. Auf dem Weg. So, dann gehen wir schon mal jagen. Hallo. Ich bin ihr Schatten. Hier pass mal ein bisschen auf, genau. Geh in Position. So, jetzt kommst du mir jetzt gerade mal hinterher, bitte. Ach, wir schießen die einfach an. Vielleicht laufen sie von alleine rein. Wobei wir den eigentlich wahrscheinlich stehen lassen können. Könnten. Auf dem Weg. Alles klar, der ist auch weg. Ich will nur aufpassen, dass wir nicht die... ...versehentlich die Gegner hier aufscheuchen oder aufschrecken. Sie sind der Boss. Aktiviere Antrieb. Ich versuche mich hier raus zu navigieren, Schatten. Wollen Sie, dass ich etwas anderes tue? Sie müssen mich zur Landungszone am NAV 1 schaffen, Commander. Auf dem Weg. Auf dem Weg. Geh in Position. Auf dem Weg. Auf dem Weg. Okay, Freund kommt's. Ja, ich hab ihn. Ich habe jetzt eine ziemlich gute Aussicht auf die Eisfläche, Commander. Wenn Sie mich direkt zum NAV 1 beordern wollen, denke ich, dass ich das von hier aus schaffen kann. Auf dem Weg. Gut, du... An Ihren Fersen. Sie sind der Boss. Auf dem Weg. Auf dem Weg. Auf dem Weg. An Ihren Fersen. Wollt ihr euch, Commander. Sie sind unter dem Weg. Ja, Sir. Ich glaube, wir brauchen auch wieder viele... ...Abwehrmaßnahmen, weil hier, glaube ich, viele... ...Guardians genau hier warten. Naja. Vorsprung kann man sich nicht, wir speichern. Auf jeden Fall mal auf das... ...auf dem vorherigen Speicherstand. Sie sind der Boss. Da würde ich sagen... ...würden wir uns hier drüben ein bisschen einlisten. Sie sind der Boss. Und du auch... Aktiviere Antriebe. Hier ist jede Menge Schrott. Das ist doch mal... ...schon von Vorteil. Wieder auf die Rückfeind... ...oder ist das immer noch der Guardian? Ist das immer noch der Guardian? Gehe in Position. Macht ihr irgendwas, oder? Gehe in Position. Sag mal. Naja, so viel zum Thema. Man könnte Spaß, aber noch ein paar mehr Bojen hinsetzen. So, vielleicht... Wo haben wir sie? Da haben wir sie. Er hat doch eine gute... ...Übersicht über das Eis. Okay, immer mit der Dummheit... ...der Recycler rechnen. Das wissen wir jetzt auch. Lasse mich reparieren. Wat? Ja, nee, du hast... Gehe in Position. Du musst einfach nicht hier rüberfahren. Das ist alles, was du tun sollst. Was ist denn das für ein Irrer? Sag mal so, zack. Los, komm so ran. Vorbefährst du mit davor, zack. Und dann gehst du zum Nav. Und zum Nav. Und zum Nav. Gehe in Position. Und den Scavenger schicken wir dann zuerst zu Nav 2 und dann zu Nav 3. Also, wenn man nicht alles alleine macht, dann guckt man hier echt dumm aus der Wäsche. So, dann setzt man jetzt wieder davor. Eins, irgendwie daneben. Okay, da haben wir Abwehrmaßnahmen. Oh, genau. Wir müssen hier rein in diesen komischen Krater. Hier müssen wir nämlich rein. Aber wir halten erstmal Abstand. Kümmern uns um die zwei Scavenger im... Oder die drei Stellen am besten. Im... Bei uns... Umseck. Auf dem Weg. So, jetzt bitte mal ohne... Auf dem Weg. Ohne Probleme kriegst du das hin. Oder was? Oder wie? Oh, oh. Feind. Feind. Das war ein bisschen knapp. Darum kommst du jetzt mal nach da hinten. Antrieb. Wir haben Überlebende. Verstehen Sie mich da unten? Lasse mich reparieren. Positiv. Wir müssen sofort evakuieren. Roger. Okay, wir müssen was machen. Einfach aufbauen, das Ding. Du sollst... Deutschrägen. Verstanden, Landungsschiff 1. So. Wir müssen etwas Zeit finden und Sie müssen dafür sorgen, dass mein Transport das überlebt. Hm. Das könnte zum Problem werden, aber... Ja. Bin unterwegs. Wo bleibst du denn weg? So. Scavenger. Oh, oh. Sentry. Produktion abgeschlossen. Komm, wenn die, da kommt die Licht hierher. Produziere. Ich hab's. Produktion abgeschlossen. Ja, Sir. Ich hab's. Aktiviere Antrieb. Hm. Produziere. Bin unterwegs. Produktion abgeschlossen. So, du kommst wieder zu uns zurück. Du... Ja, ich kann sagen, du holst sie einfach mal. Moment 3. 1. Wird zu 2. Und 2. Holst du das Teil da hinten? Ich habe einen Startpunkt geortet und dort eine Navigationsboie platziert. Aber die Gegend wird durch Skion Geschütztürme bewacht. Zerstören Sie diese Geschütztürme Kommander und wir versuchen zu landen und sie abzuholen. Produktion abgeschlossen. Alles klar. Suchen Sie schon bei... Ne. Schönen Sie sich auf unser Schiff. Freuen Sie sich auf den Startpunkt. Produktion abgeschlossen. Sie sind der Bus. Geh in Position. Alles klar. Dann machen wir gleich noch einen weiteren Scavenger. Aber den lassen wir nicht scavengen, sondern den schicken wir direkt zu... Geh in Position. Direkt zu Sonde 2 und dann zu Sonde 3. Richtig? Richtig. Produktion abgeschlossen. Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, Sir. So, die F4. Setzen wir dann direkt neben die F1. Sie sind der Boss. Ja, ich habe ihn. Aktiviere Antrieb. Die F5 geht zu einer F2 haben wir gesagt. Ich habe es. Ich würde sagen, diesmal leisten wir einfach alles zu mit Tümmchen. So, die F6 brauchen wir direkt daneben. Produktion abgeschlossen. Sie sind der Boss. Sie sind der Boss. An Ihren Fersen. Nee, F2 wollte ich da hinsetzen. Genau. Sie sind der Boss. Gut. Äh, F5 ist ja in Position. Wieso ich die verfluchte Kamera nicht umsteckere, beziehungsweise die Sicht von Radar zur Karte. Das verstehe ich jetzt echt nicht ganz, aber ist okay. Ich hab's. Geh in Position. So, dann machen wir zwei weiteren Geschützturm. Und der kommt ebenfalls hier irgendwo hin. Geh in Position. Produktion abgeschlossen. Ah, jetzt hat es vielleicht lustig. Sie sind der Boss. Sie sind der Boss. Also langsam. Gut. Äh, dann machen wir... Wenn das Ding der hinten fertig ist, würde ich sagen. So, der ist es bei der Navigationsbrüche. Biometall, perfekt. Geh in Position. Stützpunkt wird angegriffen. What? Produziere. Warte, drücken wir jetzt auch schon wieder rund ums Links. Oh, was kommt die denn? Produktion abgeschlossen. Neue. 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 Produktion abgeschlossen. Sie sind der Boss. Produziere. Geh in Position. Produktion abgeschlossen. Ja, Sir. 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 Ich bin unterwegs. Mal aufmunitionieren. Wir können so ein bisschen scavengen. Wir brauchen auf jeden Fall wieder Turm, sonst sind wir gleich weg für Fenster, aber ich glaube, das reicht nicht. Wir müssen auf jeden Fall einen Dings bauen, einen Turm. Ein Konstruktor. Geh in Position. Der muss uns hier helfen beim Aufbau, sonst sind wir gleich weg. Sie sind der Boss. Produziere. So, F1 hier, F4 Dons. Sie sind der Boss. Produktion abgeschlossen. Bin auf Kurs. Ja, Sir. Hm. Ein Moment. Okay, du fängst mal an hier zu bauen. So, und dann müssen wir jetzt weg das Feuer eröffnen. Und den hier fängst du nicht hin. Konstruktion bindet. Der kommt wahrscheinlich nicht mehr weg. Richtig. Und den werden wir uns auch holen, indem wir den ein bisschen bearbeiten mit einem. Genau so. Oh, links kommt wieder F1. So, F5, F3. Wir brauchen einen Relaisbunker. Moment. Konstruktion bestandet. Das heißt, wir können uns gleich hier vorne hin. Der ist auch schon wieder so gut im Arsch. Äh, eins. Sieben. Oh, oh. Es geht gerade heute. Konstruktion beendet. Junge, geht's hier ab. Äh, drei. Gunthorn. Welchen? Nehmen wir den hier, genau. Konstruktion gestartet. Und du schnappst hier mal ein bisschen den Service. Quatsch. Ist ja hier gespottet, oder was? Okay, 5, 3, noch ein ganzer, einfach so, dass wir es können. Geh in Position. Wir brauchen auf jeden Fall neue Türmchen. Und die werden wir uns mal vorraten, warten. Wir haben nicht die... Jo, laden wir. Produktion abgeschlossen. Sie sind der Boss. Sie sind der Boss. So, F1, F4, F6. Und da geht's gerade wieder los. Wie Sie meinen. Wie Sie meinen. Geh in Position. Geh in Position. So, die Abwehr steht. Das ist gut. Dann können wir uns endlich vorwagen. Äh. Was machen wir dann sinnvollsten? Ich hab's. Ach, machen wir's so. Wir fahren mit dem Scavenger da rein. Dann soll der mal schön hier aufräumen. Beziehungsweise das Feuer auf sich lenkt, meine ich. Produktion abgeschlossen. Sie sind der Boss. Sieht er nicht, ob wir... Ah, wir treffen. Gut. Geh in Position. Bisschen höher. Also ist gut. Oh, auf einmal rechts. Okay. 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 Da waren wir schon weg. Hier geht's aber rund. Hör mal auf. F5 kann ich auch immer gleich einen... Ach, shit, wir waren mit hinten. Wir brauchen Energie. Wir brauchen Energie. Interessant sich auch noch was vorgestellt. Schreifverwirkung gut. Aber gut genug. Produzieren. Produktion angeschlossen. Ja, zerfetzt. Hier war ein kleiner Scout. Hat ja keine Munition mehr. Also ist Rückzug angesagt. Junge, Junge, Junge. So, F1 hier. F7 da. Ja, F6 kann Anbelachter vorne. Runde 4. Kürgen wir da hin. Und du baust erst mal ein bisschen Power. So, jetzt Munition und... Oh, da zerfetzt eins. Und... Ja. Einer weniger. Verloren. Das brotzen wir so runter. Verteidigungseinheit verloren. Produktion abgeschlossen. Sie sind der Boss. Verteidigungseinheit verloren. Gibt's doch nicht. Sie sind der Boss. Konstruktion beendet. Gerne. Produziere. Hm. Produktion abgeschlossen. Sie sind der Boss. Sie sind der Boss. Sie sind der Boss. Produziere. Geh in Position. Hat der immer noch nicht Energie produziert oder wie? Oder was? Oder kosten die anderen nur... Ein bisschen viel... Ein bisschen viel... Ich glaube, ne, die kosten... Nur noch mehr, okay. So, Rallye-Bunker. Nein, wir wollen einen. Ja, verdammt. Wir müssen doch den... ...den Bunker hier hochziehen. Dann können wir so links und rechts. Oder da vorne. Was ist denn da besser? Hören wir da auf. Konstruktion gestartet. Ja, wir brauchen hier auf jeden Fall ein bisschen härteres Geschütz. Das geht so nicht. Produziere. F5 kommt angetackelt und wird dann noch was bauen. Okay, dann ziehen wir danach... Produktion abgeschlossen. Dann müssen wir so ein bisschen sparen. Oh. Schon wieder ein Guardian. Ach, die werden hier doch eingespawnt. Das kann mir doch keiner erzählen. Du baust auf jeden Fall mal einen... Ein Türmchen. Konstruktion gestartet. Hier geht's aber rund. Muss das so. Sehr eigenartig. Konstruktion beendet. Vielleicht können wir... Ah ja, jetzt macht der links da auf jeden Fall ein bisschen Terror. Wir brauchen einen... Ein Moment. Ich konnte aber hinten. Ja, wir haben beide... ...hier mal vorne und hinten abge... ...hier mal vorne abgedeckt. Äh, ja. Da kommt natürlich schon wieder ein neuer... Was für ein Quatsch. So, du kannst mal was bauen. Und zwar ein bisschen... ...Power brauchen wir schon wieder. Wir stehen hier auf jeden Fall auf einer 1. Gut. Dann hier hin bitte. Oder... Nein. Können wir denn schon... Service Part, aber kein Service Truck. Verdammt. Da brauchen wir erst so ein... Was müssen wir noch bauen? Nicht in Trainingshalte. Ist ein anderes Ding. Abgeschlossen. Egal, das wird schon. 4. Geht fleißig... ...es Sammeln da unten. Beziehungsweise jetzt natürlich nicht mehr, weil er voll ist. Beziehungsweise wir können nichts mehr tragen. Wobei wir eigentlich... Sie sind der Boss. Sie sind der Boss. So. Das ist natürlich ein bisschen dumm, dass die jetzt hier immer ankommen. Hm. Geh in Position. Ja. Und die spawnen tatsächlich genau hinter uns. Geh in Position. Okay, das heißt, wir haben also endlose Quellen an. Hm. Ich das wohl finde. So. Jetzt brauchen wir irgendeinen Stoßtrupp. Vielleicht die Mercer Bikes am besten. Die haben nämlich richtig reingehauen. Wir brauchen eine Factory. Deine Fabrik. Deine Fabrik. Äh, brauchen wir die hier. Dann weiß man nicht, wie man die Dinger dreht. Ach komm, wir machen das Ganze mal aus der Luft quasi. Beziehungsweise mit Draufsicht. So, das ist hier unten alles klar. Da geht's runter. Ah, jetzt haben wir die Karte. Gut. Äh, mit Power wird wahrscheinlich sowieso gleich wieder ausfallen, nehme ich an. Du baust... Einen Moment. Äh, ja, da hinten so. Konstruktion gestartet. Ich weiß nicht, wie man da rauszoomt. Deswegen lasse ich es am besten einfach sein. So, wie lange der das baut, können wir unten mal gucken, was wir hier mit der Abwehr anstellen können. Das ist doch ganz angenehm. Konstruktion beendet. Dann nehmen wir den. Das ist nach vorne. Sie sind der Boss. Sie sind der Boss. So, und du baust jetzt... Ja, war das Armory, Service Bay? Ich glaube, Service Bay war das, oder? Ja, doch. Na, Mausrad dreht's auch nicht. Verwirrend. Gut. Wo hat der das hier? Geh in Position. Du. Geh in Position. Geh in Position. Du kannst dich dann da wirklich mal draufsetzen. Wenn unterwegs. Stützpunkt wird angegriffen. Ja, das ist überschaubar, sag ich mal, der Schaden. Da kommst du wieder angeflogen. So ein kleiner, unbedeutender Wicht. Ja, die sind wirklich nur noch ein schmütendes Beiwerk jetzt hier. Ja, wer steht. Finde ich gut. Wobei da wieder die nächsten Guardians kommen, die kein Mensch braucht. Ist wurscht. Okay, du wirst auf jeden Fall mal hier parken. Ja, du gehst halt dann da hin. Go to, follow me. Nein, sagt er was, sagt er nix. Mir solltest du nicht folgen. Du sollst... Dann bleibst halt hier. Gut. Was können wir denn hier bauen? Saber und... Saltank. Oh, die sind gut. Die sind wirklich nicht von schlechten Eltern. Wir brauchen auf jeden Fall eine Armee. Ja, da können wir eh nicht mehr bauen. Da können wir was hier reinknallen. Konstruktion gestartet. Produktion abgeschlossen. Das geht nicht. So. Ja, Saltank haben wir damit. Konstruktion beendet. Ich stelle den einfach mal mit mal rein. Ah, jetzt kommt wieder eine kleine Armee. Und auch sie zerplatzt. Wunderschön. Effektvoll. Äh, Salt Tank. Rocket Tank. Äh, ja. Wie ich sag mal, Salt Tank. Wir brauchen diese... Diese... Sturmpanzer würden wir jetzt einfach bauen. Diese Sturmgeschütze. Und mit denen versuchen wir dann den... dem Feind ein bisschen in den Hintern zu treten. Aber das bitte mal ab... Ja, verbessern. Produktion abgeschlossen. Das geht nicht. Einen Moment. So, da haben wir ihn. Die kann man selbstverständlich auch selber rein. Das geht nicht. Schwer gepanzert, die Dinger. Ah, der guckt schon wieder. Oh, der trifft. Beinahe. Der schießt aus der zweiten Reihe jetzt mit. Oh, da platzt er gleich. Und der nächste. So. Der hat das hier also... Verbessert. Upgraded. Ich bin auf Kurs. Ähm, ja. Acht und... Sechs kann man zusammenpacken. Dann... brauchen wir einen weiteren... Salt Tank, ja. Würde ich sagen, dann schicken wir einfach mal ein paar von denen los. Ja, das lassen wir hier auf jeden Fall noch verbessern. Ja, aber mit dem ganzen Schrott... Das ist, ähm... Produktion abgeschlossen. Ist schon krank. Das geht nicht. So, eins. Einen Moment. Jetzt brauchen wir wieder 50, dass wir einen Service Truck machen. Dann können wir das mal reparieren hier. Aber von alleine geht das ja schlecht. So, dann wäre es ja jetzt ein bisschen Draufsicht. Aber ist ja auch egal. Service Truck. Ja, die kommen aus dem Sammeln gar nicht mehr raus. Das wäre entkommen. So, das wird... schon... verbessert. Dann machen wir... Dann verbessern wir den hier auch noch. Einen Moment. Jungen, Junge, Junge. Keine Chance haben, wie es geht hier. Das geht nicht. Nee, das geht nicht. Natürlich geht das. Man muss nur auf Wunde. Bin auf Kurs. So, und du... äh... Verbesserst uns den. Okay, der hängt fest. Genau. Halte Schritt. Ja, die KI ist teilweise so ein bisschen... Das geht nicht. Bisschen nicht so clever. Das geht nicht. Alles klar. Das geht nicht. So, dann würde ich sagen, den fahren wir jetzt wieder hinterher. Speichern mal spaßhalber das Spiel, weil es läuft auch schon dabei, ne? Versuchen wir uns wieder irgendwie umzudrehen. Konstruktion beendet. Ähm, ja. Reichweite technisch brauchen wir jetzt keine Mörser-Bikes mehr. Wir können einfach die... Meine ich, die Assault-Tanks bauen. Zack. Ich bin unterwegs. Ich folge. Produktion abgeschlossen. Das geht nicht. Alter Scheiße. Ich folge. Ich folge mir jetzt mal. Ich will mal nach Süden mal ein bisschen... ...den ganzen... ...Kladra-Darch, der vielleicht hier noch im Weg hängt. Na, da hätte man... ...hät man... ...hät man Turm. Jetzt schauen wir mal, ob das auch wirklich funktioniert. Müsste eigentlich. Wo sind sie? Denn das sind ja schließlich quasi Belagerungspanzer. Da hoffen wir, dass die es nicht... ...zu nah ran waren. Ja, das sieht doch gut aus. Und das sieht schlecht aus. Du greifst mal den an. Oh, das gibt's nicht. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Knall doch den Scheiß-Turm ab, Junge. Hätte man vielleicht sogar sich schnappen können. Egal, du... So, jetzt müssen wir mich dran gewöhnen. Okay, wir sind jetzt in einem... ...in einem Belagerungspanzer. Das heißt, wir haben... Ach, die anderen haben keinen Bock. Okay. Warnung, wie wir schon fahren. Verdammt. Oh oh, wo ist der Belager, äh, der verdammt nochmal? Oh, oder ich nehme einfach dich. Halter Schritt. Ja, Service-Truck kommt. Wir... ...machen derweil weiter. Ich weiß gar nicht, ob wir hier überhaupt angreifen sollen, aber wir... ...wir machen es einfach mal, ob wir es können. So, du servist mal my ship. Präparatur begonnen. Wie es so schnell auf dem Neudeutsch heißt. Oh, da sieht es aber übel aus. Ah, genial. Oh oh. Erster Treffer, Zweite-Treffer. Und die anderen haben einfach keinen Bock. Oh oh. Skulls. Zumal kommt er nicht davon. Aber wer wird denn eingeschossen? Und von wo? Irgendwer schießt mir auf die und ich sehe sie nicht. Ach du. So, F9. Wir schießen jetzt alle mal die... ...Vorgensteinplatt. Beziehungsweise, hier greift alle eins an. Jetzt machen die Leute den Dingschön fertig. Oh, herrlich, herrlich. Jetzt muss ich neu wieder zu... F8. Nee. Shift F8. Nee, F8. Shift F8. Nein, STRG F8. STRG F8, genau. Eins wird STRG F9. STRG F8. Zwei wird STRG F10. So. Ach Quatsch. Das geht nicht. Das geht nicht. Das ist immer so negativ. Das geht nicht. Dies geht nicht. Wahrscheinlich sollen wir die gar nicht vernichten. Aber ich meine... ...wie warum nicht? Wir müssen es auch können. Ich schließe sich hier wieder langsam ein. Dann platzen die Ersten. Okay. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Ähm... Nach 4... Dust Off. Alles klar. Halt. Feind. Ach, verdammt. Nicht unser Kill. Oh, noch mehr. Und wieder nicht unser Verdammt. Gut. Wir... Halt der Schritt. Direkt hinter Ihnen. Halt der Schritt. Die Zähne lassen wir hier stehen. Der Rest kommt einfach mit. Ach ja, der Transporter wollte ja mit. F3. Den können wir holen. Halt hinter Ihnen. Das würde ich sagen, speichern wir wieder ganz kurz. Grunde müssen wir jetzt nur noch uns da hinten durchballern. Und dann hatten wir... Haben wir es auch schon wieder. Hm... F10. Ja, haben wir gesagt, der bleibt. F9 oder F8. Genau, die können Sie verfolgen. Dann machen wir noch mehr von denen. Und sagen, die ganzen F8er sind jetzt F9er. Und die F9er folgen uns. Man kann doch in der 3rd Person sich reinmachen. 3. Person. Aber... Das geht nicht. Ähm... Da hinten, genau. So, die F9er fangen wir an und machen wir drüben weg. Produktion abgeschlossen. Das geht nicht. Fett. Haben wir schon wieder gerammt oder was ist los? Ne, das ist vorn. Alles klar. So, F9 läuft da oben die Guardians an. Oder den letzten verbleibenden. Wo sind sie? Der hat natürlich... ...gar keine Chance gegen uns. Saubere Arbeit. Die Gegend ist frei. Wir beginnen uns zu nähern. Aber es kann einige Minuten dauern, bevor wir die Position erreichen. Warten Sie. Wir sind fast da. Bewache. So. Der kommt... Ihre fliegenden Untersetzer sind eingetroffen, Männer. Wir setzen eine Navigationsboje am Startpunkt aus. Bin unterwegs. Rolltide Landungsschiff 1. Guck. Sie müssen meinen Transport auf jeden Fall zu dem Landungsschiff schaffen. Aus dieser feindlichen Zone heraus. Ja, kein Ding. Ja, und... Danke, hören wir nicht, oder? Okay, ist alles selbstverständlich. Wir sind schließlich Soldaten. Und es ist unsere Pflicht. Okay. Komisches... Komische Formatierung. Okay. Die Angriffe auf die Landungs- und Rettungsschiffe wurden den Skions zugeschrieben. Erste Berichte zeigen, dass sich die ISDF zu nahe am Stützpunkt der Skions niedergelassen hatte, um wirklich unbemerkt zu bleiben. Oh Gott. Der Angriff auf der Kommandische Bayes Schiff bleibt auf... Shit, damit wir die finden sollen, oder so? Der Angriff auf der Kommandische Bayes Schiff bleibt auf General Braddocks Anordnung hin unerforscht. Er hatte alle Aufklärungsversuche zurückgefahren, um alle Einheiten der ISDF nur auf den Kampf zu konzentrieren. Die Weise, die vor Braddocks Moratorium genommen wurden, lassen auf einen Angriff durch eine Skion-Rakete schließen. Obwohl unsere Aufklärung keine derartigen Schiff... Äh... Keine derartigen Schiffen zur Zeit des Angriffs geortet hat. Obwohl unsere Aufklärung keine derartigen Schiffe... Zur Zeit des Angriffs... Egal. Schabayes Schiff wurde geborgen und man nimmt an, dass sie beim Absturz umgekommen ist. Ach, das nimmt man einfach so an. Alles klar. Dann würde ich sagen... Das war's. Hoffentlich mit dem Schnee. Mal sehen, was jetzt kommt. Tschüss.